Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Takt 32, 030 Hollywood. Nachdem der Berliner dieses Jahr bereits seine Opium EP rausgebracht hat, gibt es zum Jahresende noch ein Mixtape. Wie viele Tracks das Mixtape beinhalten wird, ist bis dato noch nicht bekannt. Als Features wurden bis jetzt nur Makaber und V genannt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass hier noch einige dazukommen werden. Das Mixtape erscheint über das Label Kiezkunst und erscheint als CD, die es allerdings exklusiv auf der anstehenden 030 Hollywood Tour zu kaufen geben wird. Manuelsen MB4. Im Jahr 2014 veröffentlichte Manuelsen MB3. Mehr als vier Jahre später wird die MB-Reihe nun fortgesetzt. MB4 beinhaltet 17 Tracks. Features kommen unter anderem von Flair, Alias, Motrip, Massiv und Twin. Das Album wird über König im Schatten veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Wobei man sagen muss, dass die Box in diesem Fall eine Tasche ist. Credibil Semikolon. Drei Jahre ist es her, als Credibil mit Renaissance sein letztes Album released hat. Jetzt ist es an der Zeit für ein neues Soloalbum. Ursprünglich war das Release für den 7. Dezember vorgesehen, wurde dann aber kurzfristig um eine Woche verschoben. Semikolon kommt mit insgesamt 14 Tracks und beinhaltet ein Feature von Motrip. Das Album kommt über das Label Epic Germany raus und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.